st hat er schon wieder neues Auto für die Stimme stimmig neue Autos ich will glaub ich so gut die Autos kriegen kannst du die anzeigen das wäre gut Oh, das sollte man mal vorschlagen. Richtig nice. Habe ich mal ein Piratenauto hier saven? Oh nein, das gibt es nicht. Ich wurde explodiert. Das war eine knappe Kacke. Da können wir nachher mal Rocket League twittern. Twittern? Ja, mach mal. Mach ich gleich. Raketen liegen. Schön. War ja auch von mir. Der fliegt ja. Fällt ihm ein. Darf er das? Nee, eigentlich nicht. Boah, dieses Auto hier hat einen Wenderadius. Wie ein Bus. Ja. Oh, der fliegt auch. Na hier. Puck. Nee, ist ja keiner mehr. Ach, Mann. Ich bin aber noch beim Puck. Das ist kein Puck. Das ist Ball. Ja, aber so wie ich spiele, bin ich nur beim Puck. Ball rund. Puck nicht. Boah, doch auch. Aber flach. So. Ja. Ich bleibe mich ins Tor rein. MP. Ich komme wieder raus. Ich mag das Auto nicht. Ne? Guck mal da. Kann ich den Tor machen oder macht er nicht? Nein! Ach, das warst du. Hättest du einen Tor machen können. Hast du aber nicht. Ja, der muss jetzt erst mal auf Touren kommen, hier der Moppelt. Ja, jetzt der Mann? Oder der Hot Rod. Der Hot Rod. Och, was ist das? Du, nee. Das mag ich nicht. Jawohl. Schön. Schön. Kommo. Das macht er denn? Ach, du warst das nicht da. Ich bin da vorne. Cool. Also vorne. Ja, der weniger. Wenn das noch ins Tor kommt, wäre ich zufrieden. Viel. Schön. Kein Problem. Schönes Ding. Richtig. Schönes Ding. Gucken wir uns mal an. Hier die Vorlage. Klatsch. Und da kommt das Spiel. Die noch fast in der Hose ging. Hey, er ist drin, also. Oh ja. Kein Problem. Oh ja. Mach mal ruhig. Oh. Angst essen Seele auf. Okay. Spiels? Gut. Oh ja. Oh ja. So, mach du mal. Geh weg. Na? Mittel. Geh weg. Oh. Da ging ihm der Boost aus, ey. Wie peinlich. Nee, wie peinlich. Oh Mann. Geh weg. Hin mit dem Moped hier. Oh. Falsche Richtung gedreht. V-Zier. Schön. So, jetzt aber. Ja? Er geht nach vorne. Nö. Ich wurde exploded. Richtig auf dem Rücken. Wie so ein Maikäfer. Kommst du nicht hoch? Nee. Was? Warum? Hä? Warum hat er mich denn jetzt nicht spielen lassen? Das ist voll der Ego. Ja, mit dem spiel ich nicht mehr. Ja. Unser Team-Member oder was? Ja, ja. Sieht da sich auf den Ball zu fahren und spielt lieber zurück. Man stammt mit dem Spielen sogar so. Alten Neo. Ja, jetzt spielt er auch schon wieder gegeneinander. Jetzt schon. Wo kommst du denn her? Ich kann mal einen Parkplatz suchen oben. Da, 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 da. Windex. Uiuiuiui. Der muss mal aus unserer Ecken raus hier. Ich hau den Windex mal eben weg. Oh, was war das denn? Macht die Sache nicht besser. Ja genau, spiel doch zu uns. Na mach da jetzt, das sag ich ja. Mach da die ganze Zeit schon. Was spielt für den Gegner? Was ist denn Verräter? Hey, 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 hey. Die hab ich jetzt aber verarscht, die Boys. Bin da mal so in der Mitte? Jo, macht ja nix. Was heißt, der macht ja nichts. Ich dachte eigentlich, dass da ein Pass kommt. Jetzt erstmal alle gegen die Wand springen. Das darf kein Tor kommen, ey. Passiert schon nicht. Ich hoffe es. Das sind immer diese gefährlichen Momente. Drei Sekunden noch. Alles gut. Ach, easy.